Hallo, herzlich willkommen bei der D-Schule. Endlich haben wir Schnee und ich kann Snowboard fahren gehen. Ich trage Snowboardstiefel, eine professionelle Snowboardhose, eine sehr warme Snowboardjacke, natürlich habe ich auch warme Handschuhe und nicht zuletzt eine Kappe. Oh, nein, ich habe meine Skibrille vergessen. Naja, gut, hat keine Sonne, das macht ja nichts. Am wichtigsten ist aber beim Snowboard oder Skifahren der Skilift. Ich schaue schnell nach in meinem Prospekt, wo der ist. Hä? Wo ist denn da der Skilift? Was, was... Wo? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020